hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge enigmatiker 2 expert skyblock und bevor wir jetzt mit der folge loslegen muss ich mal ganz kurz was ansprechen und zwar sind in letzter zeit die kommentare unter den folgen hier ein bisschen ausgeartet ich sag mal so ich freue mich total über jeden kommentar und ich lese auch sehr gerne kommentare nur das war unter den minecraft folgen vor allem die letzten zwei drei folgen bisschen schwierig zum einen waren da so aufforderungen so mach doch gefälligst jetzt dies das jenes das finde ich nicht gut also ich bin sehr offen also wenn jemand sagt ich bin der meinung benutzt doch die loot boxes oder du kannst oder benutzt doch die loot boxes das mod track gibt es dir und so weiter ist alles okay aber so mach das jetzt oder ich habe sogar einen kommentar irgendwie wer hat dir ins gehirn geschissen und so weiter ganz ehrlich das finde ich nicht cool und ich möchte das mal ansprechen denn grundsätzlich spiele ich das spiel so wie ich möchte und ich spiele und unsere kommentare sowie mach das gefälligst die ignoriere ich dann sowieso aus prinzip also bitte in zukunft ein bisschen zusammenreißen wenn kommentare schreibt beleidigungen also kann ich gar nicht ab und ja toll und seht ihr gleich was da ist und ja das wollte ich nur mal angesprochen haben weil das hat mich wirklich wirklich gestört weil das ist nicht in ordnung also bitte in zukunft kommentare ein bisschen freundlicher formulieren das würde mich sehr freuen und keine aufforderungen irgendwas zu tun weil ich spiele so wie ich möchte ich habe mich jetzt dazu entschieden ich benutze das zeug aus den loot chests wir spielen ein mod pack in dem wir loot chests kriegen und in dem wir loot chests kriegen und dementsprechend können wir die auch benutzen und ja das geht dann schon in ordnung und das nächste mal nehmen wir dann halt einfach ein nicht quest basiertes mod pack aber so viel dazu das wollte ich nur noch mal geklärt haben oder ich wollte es mal angesprochen haben bitte in zukunft ein bisschen runter vom gas dankeschön und jetzt geht es weiter mit der eigentlichen folge so also wie ihr seht wir haben im stream eine mob farm gebaut jay hervorragend und hier die hexe die hat uns jetzt gerade ein bisschen geärgert weil die scheinbar den fall hier überlebt hat warum auch immer ja ich muss schon schneller zuschlagen bevor sie sich heilen kann aber aber ich möchte auch nicht dass sie genau ihren gift trank erholt okay so die sitzen noch lange nicht perfekt die mob farm die ist so halb gar sage ich mal und funktioniert auch nur wenn wir hier in der nähe sind um die so ein bisschen anzulocken die mobs aber es funktioniert einigermaßen die meisten sterben auch manche nicht da war scheinbar wieder gerade eine hexe da muss ich dann auch spikes oder sowas drunter machen denke ich mal kriegen wir aber hin kriegen wir aber hin aber ansonsten haben eine kleine mob farm und das meiste was wir im stream gemacht haben ich gehe mal eine runde schlafen man sieht nämlich nicht so viel wieso habe ich jetzt gerade noch mal ein blind das gekriegt kurz ist noch weit genug weg komisch man sieht nämlich nicht so viel eine sache die wir gemacht haben ist wir haben hier so ein tank gebaut und den tank haben wir mal von der quest gekriegt die haben wir da hingestellt jetzt haben wir hier ein bisschen creasite oil und ja das passt soweit ansonsten haben wir hier ein manual encasing sehr sehr viel ja nahezu schon gegrindet ich kann da noch mal erst mal das hier bitte so 6789 dann können wir wieder ganz block ausgießen beziehungsweise nicht vielleicht doch lieber kobalt und eisen haben wir auch eine menge inserter so und das hier möchte ich ganz gerne bauen stone und redstone bisschen redstone haben wir das heißt wir bauen da mal zwei von ja also ihr habt nicht viel verpasst was fortschritt angeht cobble stone ist sogar noch billiger okay was fortschritt angeht nicht viel also bau technischen fortschritt bis auf die mob farm okay die hat wahrscheinlich einen großteil der zeit verbraucht aber was auch ein großteil der zeit eben verbraucht hat und war das gefarme von verschiedenen alchemical dust ihr könnt euch den live stream auf twitch nachträglich angucken wenn euch das interessiert einfach auf twitch.tv slash rgb pixel oder in der video beschreibung auf den link da könnt ihr euch den stream anschauen so dann machen wir mal die inserter so damit ist auch das eisen wieder weg aber naja so und hier können wir jetzt die dinger reinlegen jetzt ist die frage wie viel wir haben hier so ein alchemical dust mit 450 prozent und ich möchte den eigentlich jetzt dafür benutzen noch mal so einzumachen damit der halt nicht ausgeht alchemical alchem alchemical dust so äh glowstone lapis und ach ja deshalb gold und glows stone ok deshalb wollte ich hier gold haben okay dann machen wir als erstes gold das ist jetzt in dem fall fast wichtiger und hier müssen wir aber kurz mal ein bisschen haben wir ja noch genau eine komplette linie haben wir noch voll sehr gut so wir haben jetzt auch zwei von den dingen damit ein bisschen schneller geht ah sehr gut und hier droppt nichts mehr raus das ist perfekt so und sobald wir hier 1000 haben ihr seht jetzt hier vielleicht auch schon 740 prozent effizienz also da geht jetzt ordentlich was so sobald wir hier 1000 millibuckets haben geht's los okay da ist noch im moment noch ein adai scheinbar drin ich weiß nicht ob jetzt das adai als erstes rauskommt oder ob es dann schon zum gold geht das ist noch recht langsam weil wir haben nur das manual encasing und nicht den kondenser das macht das ding ziemlich langsam aber gut damit müssen wir leben okay da ist noch ein adai da ist noch ein adai drin sich das richtig okay da ist noch mehr adai drin dieses ingot brauche ich ja okay ein gold und drei glowstone haben wir eigentlich glowstone noch nicht glaube ich muss erst mal glowstone machen wir brauchen erst mal wieder ein bisschen glowstone und da haben wir das problem wir haben jetzt hier ein nether brick casing aber das ist halt extrem ineffizient 40 prozent nur und das problem und warum wir das haben ist so glowstone braucht 1700 hu und das iron casing kann halt nur 1538 das hier wird als nächstes mit manuelin ersetzt aber haben wir noch nicht deshalb brauchen wir kurzfristig ein bisschen ein bisschen kohle so das hier können wir abbauen hier haben wir ein paar seeds abgebaut ein paar bisschen wheat abgebaut das wir gebraucht haben für gold und dann brauchen wir noch ein bisschen saplings inventar ist wieder schrott ziemlich mit schrott voll ach ja und ich bin ich bin sehr oft gestorben ich glaube es waren sechs mal tja dumm gelaufen so ein bisschen aufräumen jetzt sieht es wieder gut aus also ach ja dieser plinks so wann steigt der eigentlich auf okay der braucht noch ein paar hundert xp pro abgebauten log gibt es ja glaube ich nur ein xp oder so von dem her dauert das ein bisschen wir könnten natürlich plant meta machen damit das schneller geht aber hin und her laufen kostet halt gar nichts außer vielleicht hunger wo wir auch langsam aber sicher vielleicht probleme kriegen können mal gucken das wäre schön wenn der in der mitte hier nochmal genau okay der muss nicht unbedingt einmal weg damit bitte wenn ich bitten dürfte so 28 das gibt 28 charcoal das ist nicht so viel wie ich gerne hätte das gute ist dass der coke oven halt hier komplett ohne brennstoffeinsatz das so charcoal verbrennt im normalen ofen brauchen wir ja charcoal um charcoal zu machen und hier brauchen wir einfach nur das also ein bisschen hin ein bisschen her sonst gibt es bei keinen charcoal mehr und weg damit macht jeder nummer 20 stück und nebenbei kriegen wir auch noch chris at all also es ist quasi win 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 situation wie viel jetzt 805 okay das wird dauern so eine charcoal reicht aber für ein bisschen wir müssen erst nochmal redstone machen weil ich ja gerade redstone verballert habe zwei gunpowder zwei blaze zwei blaze und zwei gunpowder so 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 zack haben wir vier redstone so und glowstone war dann vier redstone und zwei blaze das hat nicht gereicht hat mich jetzt auch gewundert ja das hat jetzt extrem ineffizient leider ich glaube man braucht um die 2000 naja na komm gib mir noch einen oder kann man hier irgendwie was anderes blaze rods wären wahrscheinlich gegangen blaze rods wären wahrscheinlich gegangen der hat 300 brennen ja okay es lohnt sich schon das einmal durchzumachen es könnte reichen jawohl ok fünf glowstone 12 gold seht ihr wie krass effizient das ist eins und drei davon okay ich habe mich gold ingot fünf stück und ich mich das der ist viel zu teuer das haben wir schon geschaut ähm glowstone und lapis das heißt zwei glowstone bisschen davon und lapis lasuli zwei stück perfekt damit uns hier der treibstoff nicht ausgeht oh ja das ist das ist sehr angenehm so jetzt haben wir da 20 und sobald wir ein bisschen glowstone haben können wir hier dann noch mehr machen äh jetzt kann ich hier wieder glas reinschmeißen ohne mir sorgen machen zu müssen dass das zu teuer wird wo habe ich das glas hin da ist es okay 45 glas ist vielleicht ein bisschen hart 20 glas das dürfte in ordentlichen eine ordentliche menge crystal shards geben so packen wir die mal rein so ja das wird auch noch schneller aber erstmal ist es ganz okay okay ich glaube das ist sogar schon zu viel 10 im gesamten reichen schon bei 450 prozent 42 64 okay das ist echt viel so 25 äh 35 nochmal für jede seite damit sollten wir erstmal ausgesorgt haben also dann können wir hier das gold auch gleich schon raus nehmen und kobold rein machen weil gold reicht auch erstmal ist so viel gold so haben wir die jüllen packen wir mal die 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 ingots vielleicht alle hier rein oder so wie die hier rauskommt zumindest ist so sehr sehr gut sehr sehr gut und so kriegen wir die effizienz dann langsam hin und wenn wir hier das menu link casing haben wir können nochmal casing schauen da haben wir 2324 hu was für die meisten sachen reicht aber 740 prozent effizienz das einzige was dann wirklich noch besser ist es also es gibt nochmal hier das lightmeta casing mit 10.000 prozent effizienz sie aber nur 1566 hu und ja der beste ausgleich ist dann wahrscheinlich hier refined obsidian 1240 prozent effizienz sie und 3067 hu also das ist so der die eierlegende wollmilchsau außer man braucht wirklich nicht viel hu aber viele fischen zähnen ist glaube ich das hier am besten aber das ist ja gut ähm ok gold ist gleich durch das heißt als nächstes kommt dann kobalt wie viel kobalt brauchen wir jetzt noch äh 8 ok gut 8 kobalt bitte noch aber das sieht grundsätzlich schon mal ganz gut aus wir können mal schauen was copper was wir für copper brauchen und zwar pumpkin seeds und gunpowder ok pumpkin seeds und gunpowder ist jetzt nicht so teuer das kann man schon mal machen pumpkin seeds zwei stück machen wir gleich ein bisschen mehr und gunpowder habe ich ja da so zack zack haben wir noch ein bisschen copper dust was will das questbuch noch von uns schönes haben ach ja das haben wir auch und da hat man mir gesagt ich soll den nehmen weil emerald kriegen wir noch genug so copper genau dafür kriegen wir kohle ground oder glass das ich würde das da dann glaube ich nehmen ähm osmium osmium das wird auch noch wichtig für mechanism was brauchen wir für osmium äh ein clay und zwei glowstone ok gut glowstone gibt es erst wieder sobald wir hier manuelin haben aber hier haben wir fünf da hier meine kiste mit den nachher michael das ist nicht schlecht ähm so wenn wir das zeug hier eh schon haben können dann machen wir uns die kisten damit so ja acht stück perfekt und dann können wir nämlich den hier machen dann brauchen wir noch ein paar ok habe ich nicht mehr zwei sechs sieben acht so und zwei buttons ein button und ein zweiter button und das dürfte dann vier kisten geben ja so dann würde ich sagen komm hier einfach mal die mal so übereinander hier kommen dann so dusts rein or dusts und alchemical dust meinetwegen auch und hier drüber hier kommen dann ingots rein ich glaube das ist gut und zwei kisten erstmal auf äh halde hier ist noch iron ne nur ingots nur ingots das bleibt hier ok alles was hier halt hergestellt werden kann so ein kobalt und sieben kobalt es sind acht kobalt und wir brauchen genau noch acht kobalt hervorragend und dann brauchen wir noch den kondenser ähm da ist ja auch der einer der besten 310 740 ja ok klar also da ist so ja ok dark metacondenser 10.000% aber die efficiency ist nicht so gut die ist hier 740 ich glaube der enderium ist der beste äh deal hier wenn ich das richtig sehe oder refined obsidian ist halt von efficiency hier am besten aber nicht vom speed naja muss mal gucken wie man das am besten kombiniert aber steel kondenser ne 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 wir machen den hier einfach der ist für den Anfang für den Anfang in Anführungsstrichen äh ganz gut wie kriegt man eigentlich Quarz das kann man doch sicher auch irgendwie ah ok ah ok aus netherrack gut das das kriegen wir aber hin das ist jetzt nicht das Problem und hier brauchen wir dann noch 8 den haben wir schon 8 19 11 12 13 14 Manulin ok ich glaube das überleben wir auch so ein Block ist fertig komm bitte raus komm zu uns hier haben wir ein bisschen inferium einfach um die Furnaces rum gemacht die sind jetzt äh ein ganz kleines bisschen effizienter kann man machen muss man aber nicht so können wir hier schon mal den Spaß abbauen äh das ist der Combustion äh das ist der Combustion da kann man theoretisch auch dann sowas in die Richtung machen mit genügend Menülin ja steel man kann natürlich auch als Iron nehmen aber äh das lohnt sich jetzt nicht mehr so weil wir haben halt die Sachen jetzt so soo can be used as Beacon Base ja nice aber wir könnten uns unseren ok unseren Tool Forge könnten wir richtig dekadent einfach mit Menü ne ok so rich sind wir dann im Moment auch nicht so und einmal das da rein und das hier ist mehr als 40% no shit schau doch genau so weil wenn ich mir jetzt hier 13 Charcoal rausnehme dann reicht das halt nicht für ein bisschen sondern dann ist das halt so das reicht halt einfach ewig so so dann können wir uns ganz viel tolle Dinge machen huch äh oh ich hab grad kein Boom gehört ach das macht kein Boom mehr ah 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 das äh super nervige Boom ist nur am Anfang um die Leute einfach zu nerven ok cool oder ist es ein Bug egal so ähm Gunpowder rein und einmal Knöpfchen drücken so und schon haben wir wieder Blaze Powder und dann packen wir einfach na komm dann machen wir nochmal ganz viel Glowstone nein äh ne ach ich vergesse es immer wieder hier äh äh 4 und 2 muss ich das echt so genau machen 1 2 3 4 1 2 ja wahrscheinlich muss nur das Mischverhältnis stimmen damit es geht ja 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 nochmal 20 Glowstone 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 hier haben wir auch noch Ardite ähm packen wir das mal kurz dahin und packen mal Kupfer rein damit wir die Quest dann auch schon mal abgeben können äh Osmium genau Osmium äh was hat man dafür gebraucht äh Clay und Glowstone alles klar wo ist Clay da 1 2 3 4 und 8 Glowstone 1 2 3 4 5 6 7 8 ich glaub 1 zu 2 war's ne äh ja 1 zu 2 so dann einmal das einmal das und mit einer schönen 450% Effizienz haben wir Osmium Alchemical Orast hervorragend das ist einfach nur super ähm so das schmelzt wieder wir wieder ein ich sollte mir vielleicht mal mit dem Kobalt hier die die Pick-Eck-Spitze neu machen wenn ich grad eh schon so viel mache äh ich kann das nicht zufälligerweise das wäre Quatsch ja das geht nicht hätte mich auch gewundert das müssen wir schön brav gießen alles andere wäre zu einfach so wobei es wahrscheinlich sinnvoller wäre oder Copper haben wir überhaupt noch Ardite Dust Gold Gold Kobalt ach wir haben gar kein Ardite mehr häh oh okay da müssen wir dran arbeiten da müssen wir definitiv dran arbeiten denn Ardite werden wir noch brauchen achso ja ähm das war nämlich Slime und Slime haben wir gekriegt mit Plantmatter und Snowballs stimmt aber ich würde sagen wir sind schon bei 28 Minuten das war's soweit für diese Folge ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal mit bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal